Vielen Dank. 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 Thank you. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 einige Stücke hintereinander gespielt, wie das so oft passiert, ihr kennt das ja bestimmt, dann sagt niemand was und dann sind plötzlich drei Stücke passiert. Und zwar haben wir als zweites Stück gespielt, Bill, eines meiner absoluten Lieblingsstücke von Jerome Kern, ein ganz altes Stück. Dann The End of a Beautiful Friendship, auch ein Standard. Und dann, das gerade eben war ein Stück von mir mit dem Namen Mark. Das sind Torbjörn Stephanson am Bass. Und Jordan Dinsdale am Schlagzeug. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich diese beiden hier getroffen habe und wir haben uns gleich verewigt auf einer CD. Sie ist weg. Verkauft. Auf einer CD. Und ihr mögt es glauben oder nicht, es ist heute das erste richtige Konzert, bei dem es diese CD gibt. Ja, schon, ne? Genau. Also. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt sie kaufen. Es gibt sie seit drei Wochen ungefähr. Sie heißt Akolo. Akolo ist ein Wort, das ich als kleines Kind benutzt habe für alles mögliche, wofür ich das Wort noch nicht kannte. Da sind alle möglichen Sachen drauf. Da sind genau, was wir heute auch machen, Standards drauf. Da sind eigene Stücke drauf und ein paar Freie Improvisationen. Ihr könnt sie kaufen. Und ich habe überlegt, alles wird teurer. So, alle Lesmittel und alles wird teurer. Deshalb ist echt die Frage, ob man seine CDs noch für Tim, da hast du bestimmt auch eine Meinung zu, immer noch für die klassischen 15 Euro verkaufen sollte oder nicht für mehr. Und deshalb habe ich gedacht, machen wir heute mal ein Experiment. Wer sie haben möchte, für 20, aber natürlich kriegt ihr sie auch für 15, wenn ihr sie... Ja, ja. Okay. Muss ich mal kurz gucken. Wir spielen noch ein Stück und dann machen wir eine Pause. Ja, ja. Und zwar spielen wir doch das Stück Rap Your Troubles and Dreams. Viel Spaß. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.